Freunde, dieses Video muss ich mit euch gucken, weil es geht um einen Martin, Digga. Der verhasste Gewinner von Schlag den Raab. Die Geschichte von Hass Martin, wie es im Thumbnail heißt. Der Hans Martin. Da bin ich super gespannt. Das Ding ist, ich habe Schlag den Raab super gerne früher geguckt, als ich noch fern gesehen habe. Aber da habe ich jetzt keine Erinnerung dran oder ich habe es halt nicht gesehen. Gucken wir mal. Wir machen wieder 1,1-fache Geschwindigkeit, damit Creepypasta Punch wieder in normaler Geschwindigkeit redet. Let's go. Eine der besten Sendungen, die ich als Kind oder Jugendlicher geguckt habe, war Schlag den Raab gewesen. Ein Showformat, das abends auf ProSieben am Samstag lief und wo man zugucken konnte, wie der Moderator Stefan Raab gegen recht sportliche Kandidaten antrat in den unterschiedlichsten Spielen. Ich habe Schlag den Raab geliebt und ich habe immer schwören können, ich würde das gewinnen. Immer so bei diesen Quiz-Challenges, Filmmusik erraten, Promis an Augen erraten oder so. Ich schaffe das. Und dann war ja im Wechsel immer so ein Sportspiel. Und dann war ich so, ja okay, ich hätte keine Chance. Sowohl Sportspiele als auch zum Beispiel etwas, was mit Geschicklichkeit oder mit Wissen zu tun hat. Und dabei war dieses Format auch unfassbar erfolgreich gewesen. Die Show war so erfolgreich, dass unfassbar hohe Summen geboten wurden für die Personen, die das Unschaffbare schafft und Stefan Raab bezwingt. So konnten teilweise Teilnehmer mit mehreren Millionen Euro nach Hause gehen, nur weil sie es schafften, gegen Stefan Raab gerade eben so zu gewinnen. Und im Laufe der Jahre gab es die unterschiedlichsten. Stefan Raab war aber auch einfach der Endboss, Digga. Was war das denn für eine Legende von Mann? Also der hat ja jetzt sein Comeback, ist ja gerade wieder dabei zurückzukehren. Aber ich rede jetzt mal der Vergangenheit. Bruder, was war das für ein Dude? Der hatte Wissen, der hatte Geschicklichkeit, der hatte diesen Sportgeist. Der konnte auch diese ganzen Sportarten, hat immer nach jenem Detail gefragt, ähm, darf ich denn jetzt? Stefan, lass mich erklären. Aber darf ich, oder? Nee, wirklich, Stefan Raab war eine absolute Legende. Das ist krass. Ich glaube, das war actually mein Lieblingsformat von ihm, weil man da so all seine Talente irgendwie gesehen hat. Gut, außer jetzt seinen musikalischen Talent. Aber sonst konnte er da so ziemlich alles zeigen, was er so konnte, wisst ihr? Gewinner, auch wenn in den meisten Fällen Stefan Raab gewonnen hatte. Und es gab einen Teilnehmer, einen Kandidaten, der es zwar schaffte, gegen Stefan Raab zu gewinnen, aber dabei dafür sorgte, dass jeder, der diese Sendung geguckt hat, jeder im Publikum Warum habe ich ein Pinohaar in meinem Mund? in Abgrundtiefer abscheute und stattdessen auf der Seite von Stefan Raab war. Okay, guck mal. Also meine Prediction wäre ja, er hat so auf unfaire Art und Weise gewonnen. Irgendwie geschummelt oder so oder sich so durchgemogelt. Gucken wir mal. Wir wollen heute einmal über den unsympathischsten Kandidaten reden, der jemals bei Schlag den Raab mitgemacht hat. Und dies ist ein Mann namens Hans Martin. Da ist er. Immer dabei. Die Legende himself. Der Martin. Oder wie er liebevoll im Internet getauft wurde. Hass Martin. Ey, was habt ihr alle gegen Martin? Hans Martin war eigentlich ein Student. 24 Jahre jung, der eben sein Glück versuchen wollte. An 24 Jahren. Krass. Sieht so viel älter aus. Ich hätte ihn so viel älter eingeschätzt. Diesem Abend ging es bei ProSieben um 500.000 Euro. Und auch wenn es sehr schwer war, Stefan Raab zu besiegen, weil dieser quasi in allen Kategorien immer sehr gut war, wollte er einmal die Chance haben. Und er wurde auch tatsächlich vom Telefonpublikum gewählt unter fünf Kandidaten, dass er gegen Stefan Raab antreten sollte. Und so ging es dann direkt los ins erste Spiel, American Gladiator. Ein Spiel, wo man eben auf Balken sich mit besonderen Stäben runterschlagen musste. Und schon als dieses Spiel nur angekündigt wurde, zeigte sich schon das echte Gesicht von Hans Martin. American Gladiator. Jawohl. Was ist denn hier los? Des Weiteren. Also, Jawohl, ey, zu rufen, finde ich jetzt nicht schlimm. Ist doch cool, sich über so ein Spiel zu freuen. Wo ist denn das Problem, dass er Jawohl, ey, sagt? Bis hierhin ist alles noch Matti approved. ...kam es dann zur ersten Auseinandersetzung. Die beiden versuchten sich gegenseitig vom Podest zu schlagen und bemerkten aber dabei, dass diese Stäbe, mit denen sie kämpften, nicht sonderlich gut verarbeitet waren. Sie gingen relativ schnell kaputt. Doch auch wenn Stefan Raabs Stab kaputt ging und er deswegen abbrechen wollte, wollte Hans Martin das nicht und nahm seinen Stab und versuchte, Stefan, der gar nicht mehr mitspielte, einfach mitten ins Gesicht zu schlagen. Okay, das ist ultra unsympathisch. Beim ersten Spiel direkt sich unbeliebt machen, ja, das spricht für keine sonderlich erfolgreiche Sendung für ihn, ja. Okay. Erster Durchgang. American Gladiator. Das erste Spiel beginnt jetzt. Oha. Oha. Einfach durchgebrochen, was? An dieser Stelle muss ich eine Sache schon mal ganz klar sagen. Kennt ihr noch, vielleicht aus der Schulzeit oder aus dem Sportverein, diese Personen, die nicht verlieren können? Was mache ich, wenn ich diese Person bin? Sky-Mini gerade im Chat. Vorgestern noch Fortnite-Squad-Runde gemacht. Ich habe einen Time-On-Ger... Ich hasse es zu verlieren, Bruder. Ich bin meiner Meinung nach ein sehr guter Gewinner. Ich bin nicht so einer von denen, die das dann unter die Nase reiben. Ha, ich bin der Heftigste. Sondern der, wenn er gewinnt, dann zwar glücklich ist, aber dann so, ey Leute, war doch eine coole Runde, so mäßig, so. Aber Junge, wenn ich verliere, bin ich salzig. Ich habe vier Geschwister, wir sind zu fünft aufgewachsen. Leute, also, es ist nicht meine Schuld. Oder die auch allgemein einfach so unfassbar verbissen sind bei jeder sportlichen Aktivität und mit denen es einfach keinen Spaß macht zu spielen. Genau so eine Person ist Hans Martin. Ich werde mich mit dieser Reaction nicht beliebt machen. Gucken wir uns zum Beispiel einmal folgendes Spiel an. Blamieren oder Kassieren. Ein unfassbar beliebtes Format bei Schlag den Rab, wo Elton kam und eben den Leuten unterschiedlichste Wissensfragen stellte und die konnten dann buzzern und ihre Antworten abgeben. Und so stellte Elton eine besondere Frage. Und zwar stellte er eine Frage zur Frauenfußball-EM. Und guckt euch ein... Wäre ich komplett raus. Ich habe gar keine Ahnung von Frauenfußball. Gucken wir mal an, wie diese Frage lief. In der 25-jährigen Geschichte der Frauen-EM konnten bisher überhaupt nur drei Nationen den Titel gewinnen. Deutschland, Schweden... Und USA. Gut, Stefan Raab hat jetzt hier eben gerade mit den USA geantwortet. Diese Antwort ist falsch, denn es ging um die Frauenfußball-EM, sprich die Europame... Lul, es wird gar nicht aufgefallen. Ey, ganz ehrlich, im Eifer des Gefechts, ich glaube, das kann passieren. Es geht um so viel Geld, natürlich ist er ehrgeizig. Kann man gar nicht mit Sport und Richtig vergleichen. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, ja. ...meisterschaft, wo die USA ja kein Teil ist. An dieser Stelle, wenn man das bemerkt, würde man wahrscheinlich denken, ah, okay, er hat nicht richtig aufgepasst oder er hat nicht nachgedacht. Da ist ja nicht so tragisch, ne? Der Fehler kann einem passieren. Hans-Martin hatte eine bessere Idee, mit der Situation umzugehen. Und USA. Stark. Europameister, clever. Ganz groß Tennis. Aber Europameister, ach, scheiße. Ja, es sind so Kleinigkeiten, ne? Das ist wirklich so dieses Feintuning, was manchmal echt ausmacht, ob Leute einem sympathisch sind oder nicht. Manchmal sind es wirklich ganz kleine Details. Aber ich bin ehrlich, so ultra schlimm finde ich das nicht. Also, ich habe schon weitaus unangenehmere Zeitgenossen kennenlernen dürfen in meinem Leben. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Unfassbar. Unfassbar unsympathisch kann man sein, bei so einem Format seinen Gegner auszulachen dafür, dass dieser einen ehrlichen Fehler gemacht hat. Ja, es ist eine Entertainment-Sendung und da muss man dann auch so ein paar Sprüche klopfen und so und so ein bisschen sticheln, den Gegner so ein bisschen, ne? Na, das finde ich jetzt noch nicht so tragisch. Aber vielleicht passiert ja jetzt noch was, was meine Meinung ändern wird. Und das ist nicht das einzige Mal, dass so was passierte. Es gab zum Beispiel auch dieses Spiel, Addieren oder Verlieren. Und dabei ging es eben darum, dass man auf einem Bild unterschiedlichste Dinge zählt. Okay, das ist ultra schwierig. Okay, Achtung! Das war's. Wie viele Fische waren auf diesem Bild? Habt ihr es gezählt? Zehn? Boah, ich habe keine Ahnung. Manche sagen zehn, manche sagen elf. Ich lese sogar neun und ich lese auch sieben. Okay, ich zähle nochmal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay, es sind elf Fische. Und wie viele Seetang-Dinger waren das? Wie viele Seetang-Dinger? Vier, sagt der Chat. Okay, die meisten sagen vier. Manche sagen aber auch drei. Manche sagen auch fünf. Eins, zwei, drei, vier. Ja, meiner Meinung nach sind das vier. Okay, tricky auf jeden Fall. Wenn das nur kurz eingeblendet ist, boah, sehr schwierig. Die haben sich auch noch bewegt. Bro, das macht es noch so viel schwieriger. Oh, Junge, wenn die sich bewegen, ist richtig schwierig. Ja, was? So schnell, also ich habe das Video auf 1,1 Geschwindigkeit, ne? Aber was? Bro, das ist impossible. Ich schwöre, das ist impossible. Also ich weiß jetzt, dass es 10 oder 11 waren. Oder 11 waren das, ja, ne? Aber wenn ich jetzt auf die Schnelle... Nee, 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 impossible. Stefan. Haha, das sind 11. Ja, okay. Stefan sagt 9. Und Martin sagt, hä, das sind 11. Erneut macht er sich einfach über Stefan Rapp. Ja, okay, 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 okay. Ich verstehe langsam. Es sind viele kleine Sachen, die mich einzeln nicht wirklich stören. Aber so aufaddiert wird die Person dann nervig. Ich fand jedes einzelne Ding einzeln betrachtet jetzt gar nicht so schlimm. Aber aufaddiert, wenn da jemand die ganze Zeit dir gegenüber sitzt und die ganze Zeit so... Ja, okay, so langsam finde ich ihn nervig. Lustig. Ich meine, wer würde auf so eine Situation reagieren mit Haha, es waren 11. Das ist doch absolut seltsam und absolut unsympathisch, das so zu machen. Hans Martin hat an unterschiedlichsten Stellen in der Sendung immer wieder gezeigt, wie unglaublich verbissen und unsympathisch er dabei ist. Aber es geht in der Sendung nicht darum, Freunde zu gewinnen. Es geht in der Sendung darum, einen Haufen Geld zu gewinnen. Und er hat es ja gewonnen. Er hat eine halbe Million Euro gewonnen. Da können ihm die Antipathien der Menschen, die das gesehen haben, relativ egal sein eigentlich. Und das zeigte sich auch daran, wie die Spiele ausgingen. Denn Hans Martin, müsst ihr wissen, ist ein unfassbar schlechter Verlierer. Zum Beispiel hier im Volleyball, wo er der Meinung war, dass Stefan Rapp im Aus gewesen ist, was aber scheinbar nicht so gewesen ist. Ja, normal. Das finde ich dann wieder okay. Also, wenn man das so gesehen hat, als wäre der noch drinne und man freut sich und dann sagt der Schiedsrichter, das war aus. Das kennt doch jeder von uns vom Fußball oder von welchem Sport auch immer. Ich glaube, das kennt jeder von euch, dass man dann, hä, hä, Schiri, normal. Dieser pure Schock, dass er davon ausgeht, dass der Schiedsrichter definitiv eine falsche Entscheidung getroffen haben muss und jeder im Publikum ja höchstwahrscheinlich auf seiner Seite war. Kleiner Spoiler für nachher, niemand im Publikum war mehr irgendwie auf seiner Seite. Ah, okay. Also, es addiert sich hier gerade auf. Es sind so einzelne Karten, die ich nicht schlimm finde, aber die ergeben ein absolut hässliches Kartenhaus. So ist das. Aber nicht nur, dass er schlecht verlieren konnte, er konnte auch unfassbar schlecht gewinnen. Das finde ich noch schlimmer. Schlechte Gewinner finde ich, glaube ich, noch unsympathischer und noch nerviger als schlechte Verlierer. Also, wenn jemand salzig ist, weil er verloren hat, okay, das ist Ehrgeiz, ihm ist das wichtig, das Beste leisten zu können, so, ne? Aber ein schlechter Gewinner, das ist nur charakterlich schwach. Das ist nicht mehr, okay, der ist ehrgeizig, der will Gas geben, ist enttäuscht von sich, wenn er nicht abliefert. Schlechte Gewinner sind einfach nur eklige Menschen. Die finde ich schlimmer. Zum Beispiel einmal hier beim Armbrustschießen, als er ganz knapp gewonnen hatte und dann so in die Kamera guckt. Ja! Jawohl! Geht er doch noch. Das ist der Sieg für Hans Martin. Alle zehn. Mach noch. Oder diese... Ja, okay. ...Szene, wo sie Schrauben aus einem Holzbrett schrauben mussten. Obwohl Stefan Raab bei diesem Spiel richtig, richtig lange geführt hatte, konnte Stefan am Ende seine Energie nicht sparen. Er war zu sehr außer Atem. Er schaffte es nicht schnell genug, die Schrauben aus dem Holz zu drehen. Und so drehte Hans Martin das Spiel kurz vor Ende. Und dann machte er das hier. An diesem Abend um 500.000 Euro. Ja, aber da war nicht mehr drin. Das schaffte er. Ja! Ja, da war! Für die von euch, die nicht erkannt haben, was da passiert ist. Hans Martin nahm seinen Schraubenzieher, hämmerte den auf den Boden und dieser sprang hoch und traf beinahe einem Publikum. Hä? Was? Okay, nee, das habe ich nicht gesehen. Nochmal. Da war nicht mehr drin. Das schaffte er. Ja! Slow-Mo. Er wirft. Peng. Hä? Aber... Ah, okay, deswegen macht er die Geste. Ja, ja, okay, 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 okay. Für die von euch, die nicht erkannt haben, was da passiert ist. Hans Martin nahm seinen Schraubenzieher, hämmerte den auf den Boden und dieser sprang hoch und traf beinahe einem Publikum im Gesicht. Er hat so wenig Kontrolle über sich selbst, ist so verbissen, dass er einfach mit Dingen um sich wirft, in Richtung des Publikums, weil er sich so ätzend darüber freut, dass er was gewonnen hat. Er hat übrigens an einer Stelle des Abends auch etwas sehr Passendes gesagt. Denn Stefan Raab sagte, als er gemerkt hat, wie die Stimmung des Publikums ist, dass er ja grundsätzlich echt ungerne verliert, aber am heutigen Abend noch viel, viel ungerner verliert. Das ist aber auch ein guter Raab-Spruch. Und daraufhin sagte Hans Martin, Ja, ich bin auch nicht hergekommen, um mir Freunde zu machen. Ich will das Geld haben. Wieder einmal eine unglaublich sympathische Aussage. Ja, aber es stimmt ja. Es ist nicht super sympathisch, aber es stimmt ja. Er ist nicht da, um jetzt hier Freunde, ne, hab ich ja auch vorhin gesagt. Er ist ja für den Wettbewerb da. Aber immerhin ehrlich. Aber ihr könnt euch denken, das Publikum hatte auf Hans Martin keine Lust mehr. Das Publikum war so genervt von dieser Person, die auch noch scheinbar teilweise zu gewinnen drohte. Und besonders zeigte sich dies beim Diskuswerfen. Ihr müsst wissen, im Normalfall hat das Publikum immer für den Kandidaten gejubelt. Weil meistens waren die Kandidaten irgendwelche ärmeren Studenten, Familienväter oder irgendwelche Frauen, die sehr sportlich waren und einfach mal zeigen wollten, dass sie es schaffen, Stefan Raab zu besiegen. Und das war sympathisch. Die Leute wollten mit diesen Personen eben mitfiebern und hofften, dass sie gewinnen würden. Doch mit Hans Martin wollte niemand mitfiebern. Okay, das ist schon echt mies. Und beim Diskuswerfen zeigt es sich, weil Hans Martin hatte ein paar gute Längen geworfen und Stefan Raab hatte die meiste Zeit es nicht geschafft, einen gültigen Wurf hinzukriegen. Entweder weil er übergetreten ist oder die Scheibe irgendwo ans Netz geworfen hat. Daraufhin sagte Hans Martin folgendes. Im Netz hängen geblieben, also hat den Ring da die... Muss ich überhaupt noch werfen, willst du mich erstmal? Also da ist er mir so selbstbewusst. Ich weiß nicht... Nochmal was? Was hat er gesagt? Ring da die... Muss ich überhaupt noch werfen, willst du mich erstmal? Muss ich überhaupt noch werfen, willst du nicht erstmal? Ja, ist halt wieder so eine Stichelein. Also es sind ganz viele kleine Stichelein, die so mega tragisch sind, aber über einen Abend hinweg halt sehr nerven. Also da ist er mir so selbstbewusst. Ich weiß nicht, ob sie das mitbekommen haben. Soll ich überhaupt noch werfen? Willst du nochmal? Er fragte Stefan Raab, ob er überhaupt noch werfen soll, weil Stefan Raab es ja eh nicht hinkriegt, einen normalen Wurf zu machen. Also könnte er es ja gleich bleiben lassen. Eine unfassbar arrogante und ekelhafte Aussage. Aber dann kommt es zu dem größten und geilsten Karma-Moment, den es jemals bei Schlag den Raab gegeben hat. Und zwar genau zu dieser Szene und hört einfach mal zu, wie krass das Publikum mit Stefan Raab mitjubelt. Im Studio, im Studio ist die Hölle los, aber er hört das nicht. Hab ich sehr erlebt, dass das Publikum zu Raab hält. Was gibt's denn das? Warum macht mich das gerade so glücklich? Sag mal so richtig Glücksgefühle. Das ist so, da grummelt ja was in der Magengrube und es ist kein Hunger. Er hat sogar wirklich gewonnen. Und zwar mit vier Meter Vorsprung. Krass. Auch wenn dieser Moment halt unfassbar cool gewesen ist und Stefan das Spiel immer und immer mal wieder drehte, kam es dazu, dass in den Hochpunkte lastigen Spielen, sprich die Spiele, die am meisten Punkte gaben, Hans Martin besser gewesen ist. Ja, das ist ja immer dieses Ding an dem Konzept gewesen. Von Runde zu Runde gab es mehr und mehr Punkte. In Spiel 1 gab es einen Punkt, in Spiel 2, 2 und so weiter. Das heißt, je später es wurde, desto mehr konnte sich noch alles umdrehen und desto mehr konnte man es rumreißen. Und wenn du die letzten zwei, drei Spiele gut warst, boah, da hast du so viel Vorsprung aufgebaut. Das konnte man dann schon wieder gefühlt nicht einholen. Er hat viel, viel mehr Spiele nachher gewonnen und hatte deswegen einen hohen Vorsprung. Und so galt es für Stefan Raab, dass er, um noch zu gewinnen, drei ganze Matchbälle abwehren musste. Und Stefan Raab schaffte es tatsächlich, weil er eben auch so verbissen ist, weil er eben kämpfte, zwei der Matchbälle abzuwehren. Und dann kam es zum allerletzten Spiel des Abends. Spiel 15. Es war so spannend, wie es nur ging. Wer das Spiel gewann, würde den Abend gewinnen. Krass. Das war nicht häufig so, dass das letzte Spiel entschieden hat. Also, dass es wirklich bis zu Spiel 15 kam und das dann entschieden hat. Heißt aber auch, das Ganze ging jetzt hier schon vier, fünf Stunden oder so, ne? Oh, Junge. Und das Spiel hieß Schnipsen. Man musste in ein Glas auf einem Tisch eine Euromünze reinschnipsen. Ja, okay. Das sind, finde ich, eigentlich immer die coolsten Games. Aber auch die, wo du am meisten Druck hast. Weil eigentlich ist es etwas so Einfaches, was jeder von uns andauernd macht, ne? Einfach irgendwie eine Münze irgendwo gezielt reinschnipsen oder früher mit Murmeln immer, oh, Bruder. Deswegen, diese einfachen Dinge, die man eigentlich immer macht. Da dann den Druck zu haben, ich muss jetzt was leisten. Wenn man dann verkackt, dann ist man noch wütender. Das war alles, was man tun musste. Und dann, wer in einer gewissen Reihenfolge die meisten geschafft hat, also wer mehr geschafft hat, gewinnt den Abend. Ich möchte euch einmal kurz nochmal zeigen, wie sehr das Publikum gegen Hans Martin war. Hört mal die eine Person im Publikum an, die dazu guckt, wie Hans Martin gerade verkackt, die Münze da reinzuschnipsen. Für Hans Martin. Jawohl! Ihr müsst euch das mal vorstellen. Da sitzt einer im Publikum und der ist so, jawohl, richtig laut. Ganz genau weiß er, dass Hans Martin ihn hören will, aber er freut sich so sehr. Uno Reverse. Ja, richtig, richtig. Beim ersten Game sagte er noch, jawohl. Und jetzt sagt das Publikum, wenn er verkackt, jawohl. Dass Hans Martin verkackt hat, dass er erstmal gegen ihn sagen muss, so, jawohl. Ein Glück hat er nicht getroffen. Aber dann kommt es zu der entscheidenden Phase. Kurz bevor das Spiel entschieden wird. Die letzten zwei Versuche und Stefan Raab ist dran. Und jetzt achtet mal genau oder hört am besten mal genau hin, was Hans Martin in dieser Situation macht. Ich habe jetzt die ganze Zeit ihn in Schutz genommen. Ja, das sind Kleinigkeiten. Aufaddiert nervt das, okay. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Aber das ist richtig eklig, Bruder. Okay, das ist absolut ehrenlos. Oh, Junge. Kennt ihr das noch von früher? Auf dem Schulhof. Ihr dürftet einen Elfmeter schießen. Ihr lauft zum Ball. Holt aus. Und dann ruft wer Hose rutscht. Das war genau das. Meine Wege fragt, hä, was ist passiert? Er hat gerade in dem Moment, wo er gesehen hat, dass Stefan Raab schnipsen muss, hat er gemacht. Und dadurch hat Stefan sich erschrocken. Und nicht richtig geschnippt. Und dadurch hat er nicht getroffen. Und durch den Move hat er dann gewonnen. So ein Räudiger. Ne, das ist, das ist so. Okay, ich ziehe alles zurück. Ich habe dich in Schutz genommen, Hans Martin. Du hast mich enttäuscht. Ich spuck dir ins Gesicht. So ein Dreckiger. So ein Dreckiger. Entschuldigung, sagt er noch. Das war kein echtes Husten. Das war so, das hört man doch. Und dann doch, Entschuldigung. Und wenn... Er hustet... Ne, richtig dreckig. Und wie viele Leute sagen, absichtlich. Ich will es ihm jetzt nicht vorwerfen. Es könnte sein, dass es... Ne, das war schon relativ eindeutig. ...was nicht absichtlich ist, aber es ist halt wirklich ein echt beschissener Move. So laut sich zu räuspern in dieser Situation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so starken Husten auf einmal gekriegt hat, dass es keine Möglichkeit gegeben hätte, ihn irgendwie zu unterbrechen. Vor allem, wenn es halt vorher gar nicht so war, ne? Stattdessen hustet er richtig krass laut. Und dies kann durchaus Stefan Raab in der Situation aus dem Konzept gebracht haben. Und es würde zu Hans Martins Charakter passen. Zu diesem typischen Charakter, dass er eben gewinnen will um alles in der Welt. Und ihm ist auch alles andere egal. Leider muss man am Ende sagen, hatte Hans Martin Erfolg. Er schaffte es beim Schnipsen zu gewinnen und gewann so den Abend und 500.000 Euro. Und das Publikum bootet tatsächlich ihn aus. Das Publikum war so sauer auf ihn gewesen, weil er einfach so unsympathisch war. Ich wollte gerade sagen, sehen wir jetzt den Clip auch noch? Euro! Gut geknzt. Na, fair bleiben, Leute. Was für fair bleiben, Leute. Er ist doch nicht fair geblieben. Es ist ja kein fairer Sieg gewesen. Fair bleiben. Er hat es nicht verdient, er war heute der Bessere. Und auch als er später bei TV Total aufgetreten ist, wirkte er genauso unsympathisch. Die Kommentare unter dem Video sind bis heute nur gefüllt mit Hasskommentaren gegen ihn. Also, das war letztendlich der unsympathischste Kandidat, den es jemals bei Schlag den Raab gegeben hat. Ein Mann, der nicht wusste, dass er vielleicht in der Öffentlichkeit bei so einer Einschaltquote reichen Serie möglichst sympathisch auftreten sollte. Aber wenn sein Ziel ist, nur war das Geld zu gewinnen, dann hat er gewonnen. Ja, das stimmt. Im Endeffekt gehst du da hinten, holst dir die Kohle ab, gehst nach Hause, chillst dein Leben. Halbe Million vor... Wann war das denn? Jetzt wurde gar nicht gesagt, wann das ausgestrahlt wurde. Vielleicht vor 10 Jahren oder vielleicht sogar vor 15, so roundabout. Da hast du für eine halbe Million auch noch ein Grundstück plus Haus gekriegt, ne? Da hättest du dir, also zu der Zeit, wenn er alles richtig gemacht hat, schöne Immobilie, die jetzt schön an Wert gestiegen ist über die letzten 10, 15 Jahre. Der muss sich zumindest um seine Wohnsituation keine Sorgen mehr machen. Ich wollte euch gerne einmal diese Folge erzählen. Ich wollte euch gerne mal sagen, was da passiert ist, falls ihr das nicht gesehen habt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ja, ich hab's tatsächlich nicht gesehen. Es hatte jetzt auch keine alten Erinnerungen geweckt oder sowas. Ich hab ausnahmsweise mal nichts mitbekommen. Der Hans-Martin hat sich davon eine Apotheke gekauft. Du meinst jetzt so business-technisch oder du meinst eine Apotheke? Ähm, ja, ich hoffe, diese Reaction hat euch gefallen. Wenn nicht, dann halt nicht. Die Hans-Martin-Apotheke. Und hier geht es zur letzten Reaction auf Creepypasta-Punch. Da ging es um Spongebob-Mandela-Effekte. Also falsche Erinnerungen, die ihr an Spongebob habt. Wenn euch das interessiert, denkt ihr natürlich auch da gerne rein. Und hier geht es um Spongebob-Mandela-Effekte.